Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zur ersten Ausgabe von EV Daily News Electric Vehicles. Um den Umstieg vom Verbrenner zum Elektroauto zu vereinfachen, gibt es hier für den deutschen Raum und Europa Neuigkeiten zur Elektromobilität. Jetzt täglich im Format zwischen 5 und 10 Minuten Abfahrt. Ja, Top News, so untergliedert sich das in Zukunft, es werden alle Marken betrachtet und in Top News von heute ganz klar die absolute Nummer 1, die Preissenkung des meistverkauften Autos in Deutschland, dem Tesla Model Y. Und ihr seht hier, zu Zinssatz 0,0% haben sich die Autos verringert. Wir schauen uns das mal an. Ihr könnt hier links sehen, oder in der Mitte das Model Y 2023, da seht ihr Preisänderungen im Format 1.900 Euro beim Model Y Hinterradantrieb und bei den beiden Dual Motor Varianten, also die, die mit Allradantrieb fahren, jeweils 5.000 Euro Reduktion auf 49.900 Euro und dann beim Model Y Performance auf 55,99 Euro und wie gesagt, der Sollzinssatz 0,0%. Ja, ganz klar, Model Y 2023. Und wenn man das nicht mal ausrechnet, ist die Finanzierung natürlich sehr, sehr interessant und dann braucht man auch nicht lange überlegen. Aber wir wollen ja nicht nur die News verkünden, sondern auch das Ganze bewerten. Wer sich jetzt mal anguckt, was das neue Model Y Juniper denn bringen wird, haben wir hier mal die erwarteten Verkaufspreise recherchiert, einfach aus der Erfahrung heraus. Und ihr seht hier einfach, dass das Model Y Hinterradantrieb wird erwartet mit 47.900 Euro und die Allrad Variante 55,9 Euro und das Model Y Performance mit 61,9 Euro. Und natürlich auch der Sollzinssatz dann wieder normal zu momentan 6,29%. Allerdings erwarten wir da auch im Laufe des Jahres eine Reduzierung in Richtung 4,99%. Und was sind jetzt aber die Knaller-News, die jetzt mal so im Hintergrund, die könnt ihr auch auf Inomotos TV dann erfahren, bestellbar ab 3,24 schon und lieferbar ab Mai. Das ist das, was wir auf dem anderen Kanal schon gesagt haben. Wir haben jetzt aber News, dass in, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, mit fast 100%, gerade schon die Phase in Grünheide genutzt wird. Da stehen nämlich die Bänder, um das Model Y Juniper zu konfigurieren. Und auch links unten, wenn ihr da mal guckt, Model Y, Model 3 Performance erwarteter Preis 59,9 bestellbar ab Februar. Und dann auslieferbar, werden wir mal schauen wann. Ich schätze mal auch so ab Mai. Ja, so viel die News. Das waren die Top News des Tages. Kommen wir weiter zur Top Brand. Jeden Tag werden wir diese Brand ändern. Und heute am 17. Januar geht es los, ja mit der neuen Klasse, mit BMW. BMW erklärt den Tipping Point, Eis zu EWI. Das heißt, die Firma, die in den letzten Jahren ja gesagt hat, naja, man muss absolute Modellvielfalt haben und Antriebstechnologie neutral bleiben, merkt gerade, dass das Ganze kippt. Und wohin? Zum Elektroauto. Wenn ihr euch das mal anschaut, BMW hat dieses Jahr 2,56 Millionen Autos verkauft. Das ist eine Steigerung von 6,5 Prozent und das ist ein super Ergebnis. Und wie viel waren davon Elektroautos? Elektroautos sind ja Plug-in-Hybride mit den Batteriegetriebenen, die sogenannten BEVs. Ihr könnt hier einiges mitnehmen, die jetzt gerade dabei sind umzusteigen. 0,567 Millionen waren es insgesamt. Das ist ein Anteil von 22,1 Prozent der produzierten Autos. Aber da seht ihr noch dran, dass 78 Prozent sind noch Verbrenner. Allerdings auch hier eine Steigerung um 66,8 Prozent zum Vorjahr. Und natürlich für uns die allerwichtigsten sind die BEVs, die Battery Electric Vehicles, die rein Batteriegetrieben sind. 0,376 Millionen Autos hat BMW da produziert. Das sind 14,67 Prozent Anteil. Eine Steigerung um 74,4 Prozent. Hier links seht ihr eben den Quartalen, erstes Quartal, zweites, drittes, viertes, wie sich da die Autos zusammengesetzt haben. Und damit hat Berlin, hat BMW den vierten Platz unter den Superstars in der Elektromobilität. Nummer eins ist Tesla, Nummer zwei BYD und so weiter und Platz vier, der beste deutsche, bzw. Platz drei ist noch VW-Konzern. Und als alleiniger BMW dann mit 14,7 Prozent, wobei da ist Rolls-Royce und Mini natürlich mit drin. Und hier rechts unten habe ich mal für euch ein paar Zahlen zusammengesucht. Das meist, also den bestverkauften Elektro-Batteriegetriebenen Wagen in der Top Ten Deutschlands ist das iX1 mit 14,674 auf Platz neun. Und die Zahlen für den i4 habe ich leider nur bis November 8.614 Autos produziert. BMW gibt da eigentlich die Gesamtzahl der vierer BMW, da sind aber die Grand Coupés mit dabei und die Coupés. Allerdings Elektroanteil hier schon ein Viertel ungefähr, denn insgesamt wurden 27.000 Autos verkauft. Und zum Schluss kommen wir noch zum Top-Thema Technik. Das ist dann die dritte Komponente neben News und der Top-Brand hin dazu. Reden wir mal über die Top-Technik und ihr seht hier schon, auf was will ich hinaus? Ja, auf Software. Was hat denn die Elektromobilität gebracht? Ja, wir sind natürlich noch effizient bewusster geworden durch die neuen Softwareangebote in den Autos. Ladeplanung ist natürlich essentiell für Elektroautos. Das ist allerdings nicht ganz so einfach wie bei den Verbrennern. Wer da mehr erfahren will, der sollte dann auch mal auf den Kanal gucken. Da gibt es dann Anwender-Videos dazu, wie man das macht. Und das wird es auch in Zukunft dann für die gesamten Marken geben. Und was ist natürlich die große Evolution der Software in den Elektroautos? Natürlich nicht nur die Steuerung des Autos, sondern Entertainment-Apps, Games und Internet. Alles jetzt auch während der Phase. Und ihr seht hier am neuen BMW Live mit dem neuesten iDrive-System. Da gibt es dann auch einzige Apps oder eigenständige Apps, wie zum Beispiel Fußballergebnisse. Und man kann dann da auch spielen. Also für die Kinder, gerade wichtig, beim Laden. Und natürlich eine ganz große Errungenschaft, wenn mal irgendwelche Probleme sind, gibt es das Software-Update over the air. Das ist die neue Technologie, mit der die Autos einfach angenehmer in Zukunft zu maintainen sind, zu servicen. Die ganzen Termine ist einfacher. Also das Thema Software ist ein ganz wichtiges Thema. Wir reden hier in der Woche dann auch über Aerodynamik, über Gewichte, über Antriebsformen, über die Motoren und über wie man das Ganze lädt. Also das wird dann täglich verändert. Heute Software, das ist mal der Einstieg. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Sendung. Wie gesagt, morgen gibt es dann die nächste mit einer anderen Marke und neun Top-News hoffentlich. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr den Kanal abonniert. Und wir werden dann aus Erfahrung über die Neuigkeiten reden, die bewerten und natürlich auch folgern. Und alle Verbrennerfahrer sind natürlich herzlich eingeladen, die Sendung zu gucken, um einfach hier die Top-Marken kennenzulernen. Und wir gehen komplett durch, durch Audi, durch BMW, durch Mercedes, durch Volkswagen, durch Porsche, durch Tesla, durch Hyundai. Also all die Stars am Himmel. Und da gibt es dann für alle das entsprechende Angebot. Ja, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr noch alles sehen möchtet. Und hinterlasst am besten ein Like. Und ich bin dann für euch da hier in Daily Returnability. Und wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis morgen dann wieder hier bei EB Daily News. Servus. Bis morgen dann wieder bei EB Daily News. Bis morgen dann wieder bei EB Daily. Bis morgen là bei EB Daily. Bis morgen dann wieder bei убий